Hallo, ich bin Oliver vom Projekt Neptun und ich stelle dir das Lenovo ThinkPad P1 Generation 3 vor. Es ist eine schlanke, professionelle Workstation, die hohe Performance mit einem geringen Gewicht verbindet. Leider können wir hier nur ein P1 der Vorgängergeneration abbilden, die Unterschiede sind aber nur gering. Wir gehen davon aus, dass die Abmessungen gleich bleiben werden. Das sauber verarbeitete Gehäuse des P1 ist trotz des 15 Zoll Displays sehr kompakt und dünn. Mit nur 1.7 Kilogramm Gewicht ist das P1 unsere leichteste vollwertige Workstation. Das 15 Zoll Gerät braucht zwar Platz, aber es kann dennoch leicht täglich an die Uni mitgenommen werden. Das P1 hat ein vorkalibriertes 15 Zoll 4K Display mit matter Oberfläche. Die sehr scharfe Darstellung wird damit nicht von störenden Reflektionen beeinträchtigt. Das Display ist sehr farbstark, hell und es unterstützt die HDR 400 Spezifikation. Damit ist es ideal für Content Creation geeignet. Wie alle Thinkpads hat das P1 eine sehr gute Tastatur und sie ist bei uns wahlweise im Schweizer Layout oder im US International erhältlich. Neben dem akkuraten Trackpad kann das P1 auch über den beliebten Trackpoint auf der Tastatur bedient werden. Das Laptop ist mit einem schnellen Intel i7 Prozessor der 10. Generation mit 6 Kernen ausgestattet, welcher auf 16 GB RAM zugreifen kann. Zusammen mit der professionellen Nvidia Quadro T2000 ist das P1 komplexen Aufgaben im Bereich von CAD, wissenschaftlicher Berechnungen und Media Content Creation gewachsen. Als Speicher ist eine schnelle, 1 TB grosse SSD verbaut. Bei Bedarf kann eine zweite SSD eingebaut werden. Das gleiche gilt für den Arbeitsspeicher. Der eingebaute, austauschbare 32 GB RAM-Riegel kann durch einen zweiten ergänzt werden. Maximal sind 64 GB RAM möglich. Auf der linken Seite des P1 befinden sich der Ladeanschluss und zwei USB-C Thunderbolt 3 Anschlüsse, über welche externe Bildschirme und andere Peripherie angeschlossen werden kann. Daneben reihen sich ein Full-Size HDMI-Anschluss und der Kopfhöreranschluss. Der hier gezeigte Mini-Ethernet-Anschluss ist in der dritten Generation nicht mehr vorhanden. Rechts findest du ein Security Keyhole, zwei normale USB-Anschlüsse und ein SD-Kartenslot. Der SIM-Kartenslot ist nur verwendbar, wenn das P1 direkt mit W-WAN bestellt wird, was bei uns optional möglich ist. Das P1 verfügt wie alle unsere Lenovo Laptops über einen Fingerabdruckleser und eine Infrarot-Kamera. Über Windows Hello kann man sich damit mit dem Fingerabdruck oder über die Gesichtserkennung ins System einloggen. Bei der Webcam gibt es ein praktisches Verdeck, mit dem die Kamera deaktiviert werden kann. Alle unsere Lenovo Laptops sind mit einer On-Site-Garantie über drei Jahre ausgerüstet, die international gültig ist. Die Garantie gilt auch für den Akku. Bei On-Site wird der Laptop im Garantiefall von einem Techniker an einem Ort deiner Wahl repariert. Optional sind Verlängerungen auf bis zu fünf Jahre erhältlich und die Garantie kann mit einem Unfallschutz erweitert werden. Das Lenovo ThinkPad P1 der dritten Generation richtet sich an Anwender mit hohen Ansprüchen an Performance und Gewicht sowie an alle, die auf eine zertifizierte, professionelle Grafikkarte angewiesen sind. Es eignet sich somit perfekt für technische Studienrichtungen und ist auch bei Architekten, die Windows gegenüber Apple bevorzugen, sehr beliebt. Das Laptop ist wahlweise mit Windows 10 Pro oder ohne Betriebssystem erhältlich.